Hallo liebe Leute, hallo lieber Sauer. Die Leute machen jetzt Bayram. Ich bin jetzt im Büro bei meiner Hilferin, meiner Betreuerin. Heute ist Bayram, heute ist Bayram bei uns. Heute sind die Leute befreundet. Ich bin im Büro. Meine Hilferin hat mich mit anderen Dingen geholfen. Ich habe etwas, um sich zu verabschieden. Du kennst hier einen Germanen. Du musst jemanden, der immer helfen kann. Otherwise, du findest es immer schwierig. Das ist Deutschland. Das ist meine Betreuerin. Die Leute befreundet Bayram. Und ich bin ins Büro gekommen. Zum... Zum... Meine Hilferin. Also... Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Und... Be happy always everybody. Da ist mein Bruder. Ja, ja. Ja, ja. Und wie heißt der... Wie heißt... Wie heißt du, Bruder? Ibrahim. Ibrahim aus... Aus Kamerun. Aus Kamerun. Du bist aus Kamerun, ja? Ja. Ich bin aus Kamerun. Ich dachte, du bist... Du kommst aus Nigeria. Nein, ich bin aus Kamerun. Alles klar. Aus Nigeria gekommen. Aha. Ja, ja. Zehn Jahre. Zehn Jahre in Nigeria. Zehn Jahre in Nigeria. Siehst du? Gut machen. Ja, wir sind alles aus Afrika. Hehehe. Mein Afrikaner ist Bruder. Da sind alles bei Frau Gewinner hier gekommen zum Kermi. Aber seine Büro ist im Asylheim, wenn jemand Hilfe ist, wenn jemand Hilfe braucht, wenn jemand Hilfe braucht, wir die Migranten, sie ist immer offen, sie ist immer da für uns, um uns zu helfen, mit unseren Papierkampen und so vielen anderen Dingen. So, das ist es. Heute ist der letzte Tag des Ramadans. Yesterday war der letzte Tag des Ramadans. Heute ist die Kurite-Celebration. Sie sehen, wie es hier in Deutschland ist. Hier. Sometimes you don't even know. Sometimes you don't even know whether it's Kurite. Because it's too much of things to run, you know. Du kannst auch nicht verstehen. Also, Frau Gewinner, ich mache ein Video. Aber das jetzt. Ja. Ich mache jetzt ein Video und du bist auch... Du bist eben das Video, ok? Ich bin in dem Video. Ja, natürlich. Nein. Oh. Ja. Aber ich habe dir schon gesagt, Frau Gewinner, dass ich mein Video mache. Es ist nützlich, ja. Weil sie unsere Betreuerin sind, ne? Unsere Hilferin, ne? Ja. Ich bin ja ganz... Die Strasse-Bahn ist eben schlagt. Es ist nicht schwierig. Ich schaue etwas auf der Straße. Wie sieht das Brرفon? Es ist ein bisschen... Schrad und Musik. Die Office ist jetzt auf der Roadside. Das ist gerade auf der Roteart. Das ist es. So, hier ist der Oberheit. Ich bin ein kleiner YouTuber ja, ich bin ein kleiner YouTuber aber sie muss sie in meinem Kanal abonnieren. Ich glaube, so viele Deutsche wissen nicht, wie geht es im YouTube. Wie kann man YouTube machen und Video machen oder sowas. Es ist super cool. Jetzt Feierabend, ne? Ja, ich muss jetzt ganz schnell gehen, weil ich mit dem Mohamed noch zu dem Schrank fahre, aber was weißt du? Okay. Ich habe gerade nicht scheu und jetzt. Also. Aber. So, guys, Mungenjo, close me. As you see her down there. Mungenjo, close. It is time to go home. Okay. 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 Ich singe es. Tschüss! 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 It's time to go! Ciao, ciao! I'm singing for somebody who speaks here. Yeah. So guys, I'm coming to end the video. Yeah. I'm saying go and subscribe to my channel. Hit the like button, comment down below. Ciao, ciao! See you in another video. Bye! I love you all. Happy Koryte to everybody. Yeah. Cheers! Happy Koryte to everybody. Bye-bye. Yeah. Bye-bye. Yeah. Vielen Dank.